Hallo zusammen, der Gartenrundgang vom Mai ist zwar durch, aber ich habe jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Die Idee geisterte schon länger in meinem Kopf rum und nun habe ich endlich diese Lupe da. Vielen Dank an die Anna. So ist jetzt dieses Video entstanden. Seht einfach selbst und genießt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war es auch schon. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018